Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Heute geht es wieder weiter beim Rund-um-e-Dum-Wanderweg und zwar gleich zwei Etappen, die Etappe 10 und 11. Beide sind nicht so lang, 5,3 Kilometer und ja, von der Gegend her ist es jetzt teilweise gar nicht schön. Es ist keine schöne Gegend im Großen und Ganzen, mit ein paar Ausnahmen. Ja, gibt man da viel auf der Straße, neben Straßen, aber ist egal, das gehört dazu und ja, ist eben so. Mir hat es trotzdem gut gefallen. Also die Etappe 10 beginnt dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei der Straßenbahnlinie 11 am Tesarekplatz. Die kann man erreichen, entweder von der U1 Räumannplatz oder von der U3 Simmering. Ich fahre dann noch ein paar Stationen, eben mit der Linie 11 und es geht dann weiter Friedrich-Adler-Weg, Otto-Probstraße, das Erholungsgebiet Wienerberg bis zur Wiener Felder Schenke. Das ist ein Gasthaus in der Neilreichgasse, da waren wir aber nicht drinnen. Dann über die Sibeliusstraße und Heuberg-Stettenstraße zur Per-Albin-Hanson-Siedlung Nord. Also die Heuberg-Stettenstraße, ein schwieriges Wort, ist nicht zu verwechseln mit dem Heuberg im 17. Bezirk und die Per-Albin-Hanson-Siedlung Nord ist nicht zu verwechseln mit der Per-Albin-Hanson-Siedlung Ost. Die Per-Albin-Hanson-Siedlung Nord ist ein sehr großer Gemeindebau und dann geht man durch den Volkspark, also das ist wirklich ein kleiner Park und dann weiter entlang der Theodor-Siegelgasse zur Lahr-Berg-Straße. Die ist dann wieder recht befahren und nicht sehr schön, aber dann kommt man zum Lahr-Wald und der ist wirklich sehr nett. Das war wirklich der schönste Teil von dieser Etappe und ja, das ist ein Erholungsgebiet, es ist eingezäunt. Es hat 39,6 Hektar und drei Hektar davon ist Wasserfläche. Ich kann mir das ja sehr schwer vorstellen, diese Größe. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, also praktisch 39 Hektar sind dann 390.000 Quadratmeter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, kann ich mir trotzdem wirklich schwer vorstellen. Und es gibt dann Spielplätze, man kann auch sehr schön spazieren oder laufen. Hunde und Radfahren sind aber verboten. Der Lahr-Wald ist eben eingezäunt, es gibt sieben Tore. Zwei davon sind beim Böhmischen Prater und es erstreckt sich zwischen der Lahr-Berg-Straße und der Bitterlich-Straße. Es gibt auch eine Aussichtsplattform am Butterteich, die wir aber nicht gesehen haben. Wenn man mit Hund unterwegs ist, muss man den Lahr-Wald umgehen und die Ausweichroute führt von der Endlicher-Gasse rechts in die Theodor-Siegel-Gasse, zur Bitterlich-Straße und Felix-Dorn-Gasse. Wir waren ohne Hund und sind durch den Lahr-Wald gegangen. Und da ist schon das Ende von dieser Etappe, man kann dort in den Autobus 15a einsteigen bei der Station Lang-Sulz-Gasse. Wir sind dann noch eingekehrt beim Gasthaus zum Heimkehrer. Das ist nicht weit von dort entfernt. Wir haben Glück gehabt, weil sie haben Montag und Dienstag geschlossen. Wir waren an einem Freitag dort und sie haben vor allem Mittagsmenü und eigentlich nur Freitag und Samstagabends geöffnet, sonst so mittags bis Nachmittag. Und zwar ist die Speisekarte prinzipiell sehr fleischlastig. Also es gibt so viele typische Wiener Speisen wie Schnitzel, geröstete Leber, Gordon Bleu. Und bei den vegetarischen Speisen gibt es backenes Gemüse und Gemüsegröstel. Also jetzt sage ich einmal nicht so etwas Besonderes vegetarisch, aber es gab ein Menü, da gab es auch ein vegetarisches und das hat man sehr, sehr gut geschmeckt. Eine Sellerie-Cremesuppe, die war wirklich ausgezeichnet und so Teigwaren mit Tomatensoße, das war auch sehr gut. Mit Salat, also das hat man wirklich sehr gut geschmeckt. Hätte ich dort in so einem Lokal ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es mir so gut schmecken wird, weil ich halt Vegetarierin und ein bisschen heikel bin. Und nach dieser Stärkung haben wir gleich weitergemacht mit der nächsten Etappe, mit der Etappe 11 vom Laerwald zum Zentralfriedhof. Das war auch ein sehr schierer Weg, finde ich, vor allem mit vielen Autos, viel Lärm. Der Zentralfriedhof war dann so wirklich nett. Die Etappe ist genauso lang, 5,3 Kilometer und man geht vom Laerwald entlang dem Vogental, dann die Grenzstraße hinunter, dann über die Gartnergassenbrücke und in der Schemmerlstraße und muss dann die Bahn überqueren. Also wir haben insgesamt zweimal die Bahn überquert und das war wirklich eine sehr schiere Gegend, sehr ausgestorben. Ja, wirklich nicht schön, aber es gehört halt dazu. Und dann noch den Zentralfriedhof, das war wieder netter. Man geht hinein beim Tor 11 und geht eigentlich mehr oder weniger nur geradeaus zum Tor 2, zum Haupttor, dort wo auch die Ehrengräber sind. Ja, und dann ist man eigentlich auch schon wieder am Ende und zwar auf der Simmeringer Hauptstraße bei der Straßenbahnstation von der Linie 6 oder 71, mit der man in ein paar Stationen, ich glaube vier sind es, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, zu U3 Simmering fahren kann. Wir sind aber noch eingekehrt in der Kurkonzerterei Oberla und die ist auch dort beim Tor 2. Die gibt es seit ein paar Jahren. War damals sehr umstritten, ob das Pietätlos ist, am Friedhof eine Konzerterei zu eröffnen. Ja, also finde ich gar nicht, weil es ist ja angenehm, wenn man sich nach dem Friedhofbesuch noch irgendwo stärken kann, sich mit wem unterhalten kann, was essen, was trinken. Also ich finde, das hat dort richtig gefehlt eigentlich. Und ich habe dort eine Lagrone gegessen. Das ist so praktisch ein Makarot. Das ist so eine knusprige Mandelmasse mit Zucker und Eischnee und einer Füllung. Da gibt es diverse Füllungen, also so fruchtige, Himbeer, Mango und ich habe eine mit Kaffeecreme gegessen. Und das nennt sich Lagrone. Das ist praktisch eine Makrone, eine Makarot und Lagrone von der Konzerterei Oberla, von diesem Wort her, halt so ein Wortspiel. Aber wirklich sehr gut, der Kaffee auch sehr gut, sehr gemütlich, zum Sitzen auch ganz gut. Ja, ich habe noch vergessen, es gibt auch eine Ausweichroute mit Hund, weil mit dem Hund darf man nicht in den Zentralfriedhof hinein. Und da kann man den Weichseltalweg nordöstlich bis zur Simmeringer Hauptstraße gehen und dann nach rechts bis zum Tor 2 vom Zentralfriedhof. Ja, das waren jetzt schon diese zwei Etappen. Demnächst geht es weiter, wieder mit zwei Etappen und da kommen wir dann schon über die Donau und haben dann schon von der Anzahl der Etappen her die Hälfte erreicht oder sogar schon überschritten, weil, also jetzt haben wir schon 11 von 24 und ja, jetzt geht es dann schon so Richtung 21., 22. Bezirk, beziehungsweise umgekehrt 22. und 21. Bezirk. Das war's für heute. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung oder eine Anregung freuen, am besten per E-Mail an claudia.wien-tipps.info. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.